So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Samstag spielt der HSV in Mainz. Thorsten, geredet haben wir eigentlich fast genug, aber wir sind trotzdem immer hochgekommen. Wie ist denn der personelle Stand? Kannst du auf alle zurückgreifen? Was willst du sehen von der Truppe am Samstag? Ja, es gibt ja neue Impulse. Das hat man ja in der Woche auch schon gehört. Wir haben ja einen Wechsel vorgenommen. Schauen wir, wie diese Impulse am Samstag ankommen. Ich denke, ich bin eigentlich recht positiv trotzdem, weil ich glaube, dass die Mannschaft einen guten Zug hat im Training. Und ein Trainer muss ja immer beobachten können und schauen. Und von daher habe ich dort ein gutes Gefühl. Und schauen wir mal am Samstag, ob das dann auch so kommt, wie wir uns das gedacht haben. Verletzte gibt es ja kaum einen. Ivo Ilicivic kommt natürlich noch nicht wieder, aber er ist auf einem guten Wege, so dass er Teile des Mannschaftstraining mitmachen kann. Und wie gesagt, ansonsten arbeitet unsere medizinische Abteilung sehr gut, weil wir eigentlich keinen Verletzten haben, außer noch Markus Berg, der natürlich eine Hüftverletzung hat. Und ich denke, dass wir gut in körperlicher Verfassung sind, sonst hätten wir viel mehr Muskelverletzungen. Und darüber bin ich natürlich sehr erfreut. Und wir können am Wochenende den einen oder anderen Impuls setzen. Vielleicht kommt ein neuer Spieler rein. Oder nicht nur vielleicht, sondern es kommt ein neuer Spieler rein. Und schauen wir, wie er die Chance nutzt. Weil Spieler ja eine ganz andere Frisur hat als ich, oder? Das sind ja die meisten. Ja, bei uns in der Mannschaft gibt es nicht so viele Spieler mit so einer Frisur. Ja, weiß ich nicht. Ich will ja dagegen nichts sagen. Ist auch gut. Vielleicht soll ich das Konkrete fragen. Meinen Sie jeder Töne? Könnte sein. Er hat, wie gesagt, am letzten Testspiel einen guten Eindruck gemacht. Wir haben aber noch eine Trainingsanheit. Und die warte ich natürlich noch ab. Wir probieren einiges nochmal. Kann aber jetzt schon sagen, dass wir mit einem Stürmer spielen. Michael ist heute ein bisschen verfrüht auf Platz gegangen. Hat er irgendwie Verletzungsgeräusche? Ja, hat leichte Oberschenkel. Er wollte eigentlich weitermachen. Aber ich habe gemerkt, dass er sich immer da ein bisschen hingefasst hat. Dass er nicht da, dass er da irgendein kleines Problem hat. Da habe ich gesagt, geh lieber rein. Es waren nur noch zehn Minuten Training. Und das ist mir lieber. Weil es wäre schlecht, er müsste jetzt schon wieder pausieren. Er braucht Rhythmus, um seine alte Form wieder zu finden. Aber Sie meinen, das könnte bis zum Start gar nicht sein? Ja, also ich gehe jetzt davon aus, dass das kein großes Problem ist. Jeff, wie geht es denn noch aus? Also ich habe mal vor dem Training nachgefragt. Da hieß es mit einer gelb-roten Karte nicht. Jetzt bin ich schnell hoch zur Pressekonferenz. Aber Sie wollten sich nochmal genau erkundigen. Wenn du es jetzt genau weißt, Jörn, ich gehe gleich runter und schauen wir das nochmal genau an. Und dann war es ganz genau. Aber eigentlich müssen Sie das auch wissen, Mensch. Sie wissen doch immer alles. Ich fragte mal die nach, wie Sie wissen müssten. Müssten, okay. Ja gut, ich bin Trainer. Genau. Aber es ist ein bisschen unglücklich, wie es bei Buma läuft. Ja, ich habe es ja gestern gesehen, das Spiel. Das erste Foul war ein bisschen, ja, war unnötig. Und beim zweiten kam er ein bisschen zu spät. Ich habe ja, wie gesagt, das Spiel gesehen. Für ihn läuft es gerade ein bisschen unglücklich. Er wollte ja auch der zweiten Mannschaft helfen. Ich denke, die Einstellung gestern hat auch gestimmt. In dem Spiel möchte er aber jetzt nicht großartig mich zu diesem Spiel äußern von gestern. Ich denke, wir müssen jetzt auf die erste Mannschaft schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und darauf liegt ja auch unser Augenmerk. Wie sieht das bei Reiko jetzt aus? Wurde genäht und weiter geht's. Hat aber jetzt keine, also bis auf den Cut in dem Sinne keine große Probleme, so dass er jetzt eine Gehirnerschütterung hat. Das ist ja immer das, worauf man schauen sollte. Und von daher ist das kein Problem, mitzufahren. Ja, im Moment erlebe ich ihn sehr positiv. Er kann sich auf seine Leistung konzentrieren. Man sieht das, dass er nicht so viele Dinge zu tun hat. Dass er auch mal nichts sagt, ist für mich auch mal okay. Weil, wie gesagt, es ist immer schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Und er will sich wirklich auf seine Leistung konzentrieren. Dass er wieder die Leistung bringt, die er auch in der Hinrunde gezeigt hat. Ich habe ja auch gesagt, dort war er derjenige, der die besten statistischen Werte hatte. Das ist der Bundesliga. Zumindest die, die wir zusammengestellt haben. Ja, und da denke ich schon, dass wir da gut gearbeitet haben mit ihm. Ja, er hat auch gut gespielt, bitte. Und dass wir da wieder hinkommen. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, das geht so. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. Wir haben ja hier schon oft gefragt, auch noch Zielen und so weiter. Ist es jetzt vielleicht Aufgabe oder auch erstmal so ein, naja, tatsächlich so ein Devise oder ein Ziel zu sagen, Mensch, wir wollen jetzt wieder einen richtigen Geist reinkriegen, eine Stimmung reinkriegen, diesen Verein auch wieder mal ein bisschen mitnehmen und etwas Positives entwickeln in den nächsten Wochen? Ja, ich habe mir ja Gedanken gemacht, was wir machen können, um einen Wechsel wieder zu schaffen. ins Positive jetzt, weil wir hatten auch in der Hinrunde eine sehr schwere Zeit. Gerade in der Anfangsphase, das Spiel dann gegen Borussia Dortmund hier zu Hause, wo keiner einen Pfifferling auf uns gegeben hat. Und dann waren wir immer am besten und von daher stimmt mich das positiv jetzt, dass wir gerade jetzt, wo so viel Kritik auf uns einstürzt, auch in den letzten drei Spielen berechtigt, wir stehen dazu. Aber jetzt kann die Mannschaft wieder zeigen, wo kein Mensch mehr von Europa redet, dass wir eine Mannschaft sind, die auch Mainz schlagen kann und trotzdem weiß, dass Mainz auch eine gute Mannschaft ist. Hast du eine Erwartung beziehungsweise eine Hoffnung, eine Erforderung, ein Rapsalge, was da jetzt eigentlich in der neuen Rolle wirken soll? Ja, noch mehr auf die Mannschaft einwirken. Das ist ganz klar, dass er merkt, dass er jetzt auch enorm wichtig ist. Ich habe ja mit ihm auch gesprochen und nicht einfach gesagt, du machst das jetzt, sondern ich habe gespürt, dass er das gerne machen würde und dass er damit hervorragend umgeht und er das auch gerne macht, ohne jetzt Heiko die Binde wegnehmen zu wollen. Und es ist auch keine Herabsetzung von Heiko. Ich denke, wie gesagt, das ist nur zum Wohle im Moment von ihm. Und ich glaube, dass wir dort jemanden haben, der jetzt mit der Situation hervorragend umgeht, der Vize-Weltmeister war und der damit auch ganz gut umgehen kann. Und gerade er hat ja auch in der Hinrunde für den Umbruch gesorgt bei uns. Er sagt, er fühlt sich topfit und ist bereit dazu, die Mannschaft zu führen. Und darauf freue ich mich. Was zeichnet denn Mainz aus und wie stark sind diese Spiele? Ja, es ist eine sehr gute Mannschaft, die sehr gut eingestellt ist vom Trainer, immer auf den Gegner, wo man genau aufpassen muss, was man tut. Denn sie nutzen diese Fehler auch direkt aus. Sie waren immer sehr heimstark. Im Moment hält sich das, glaube ich, auch die Waage. Und ein Trainer, der sehr explosiv, impulsiv ist, aber der das auch auf die Mannschaft im positiven Sinne überträgt. Trotzdem wissen wir auch, sie haben ja auch ein Spiel verloren. Wenn sie weiter dranbleiben wollen, müssen sie ja auch gewinnen. Das wissen wir. Und wir wollen das auch mal ausnutzen, wie andere Mannschaften das bei uns machen. Eine Nachfrage noch zu Jepard Schick und Fäger-Präsidenten? Ja, schauen wir. Er kann mehrere Positionen spielen. Dass er jetzt nicht derjenige, den ich als Linksverteidiger ausbilden will oder weiter fördern will, ist klar, dass das dort nur eine Notsache mal war, als ich ihn dort spielen lassen wollte. Aber letztendlich im Mittelfeld, aber mehr zentral als auf der Außenlinie, Außenbahn. Trotzdem, in unserem System, da wir ja immer mit zwei Mittelfeldspielern auf der Außenbahn spielen, die sehr zentral spielen, kann er dort auch spielen. Er kann mit zwei Mann auf der Acht praktisch spielen, auch im Mittelfeld. Also von daher ist er sehr flexibel. Deswegen haben wir ihn ja auch gekauft, weil er kann sogar halbrecht spielen, halblinks. Er kann zentral spielen, vor der Abwehr, aber für mich zu zweit dann, ganz alleine, denke ich, nicht so. Aber auf der Acht sehr wohl. Ich habe jetzt nicht genau gesagt, dass er dort spielt, sondern ich habe gesagt, dort kann er spielen oder halblinks. Und Milan ist sicherlich jemand, dem die Pause gut getan hat. Als er gehört hat letzte Woche, dass er pausiert, auf einmal hat er wieder die Leistung gebracht im Training, die man erwartet. Manchmal braucht man einfach so eine Spielpause, um sich wieder neu zu justieren. Er ist ja auch im ersten Jahr dabei in der Bundesliga. Und hat er trotzdem, obwohl er mal pausiert hat, Selbstvertrauen getankt. Auch im Spiel jetzt gegen Lübeck fand ich ihn sehr, sehr aktiv und voller Selbstvertrauen. Was ich eigentlich die letzten Wochen davor nicht so gespürt habe. Das Thema junge und alte Spieler, dass das da Probleme geben soll, wie nehmen Sie das wahr in der Mannschaft? Ja, gibt es nicht. Das sind immer Dinge, die dann irgendeiner aufbringen will, der kein Trainer ist. Ich merke, ob irgendwelche Probleme da sind und die Probleme, die da sind, sind in jeder Mannschaft. Das ist völlig normal, wenn der Ball mal nicht aufgepumpt ist, dann sagt der Ältere, er muss die Bälle aufpumpen. Völlig normal, dass nicht jeder immer mit dem Jungen einverstanden ist, mit den jungen Spielern einverstanden ist. Das ist klar, aber ich denke, derjenige, der sich mal daneben genommen hat, wurde, glaube ich, gut bestraft von uns. Und auch hat sich selbst bestraft. Und ich denke, damit ist die Sache auch erledigt. Wir sollten dem nicht zu viel beimessen. Gut, vielen Dank, Thorsten. Viel Erfolg zum Sack. Ja, danke.